Ich denke, das muss ein fetter Irrtum sein. Wir sind nicht hier, um Ihre Badewanne zu schrubben oder Ihre Schränke aufzuräumen oder um Sie glücklich zu machen. Wirklich? Nein. Wir sind hier, um Sie zu töten. Haben Sie das gesehen? Das war verflucht magisch. Jetzt als 18-Jährige kannst du als Erwachsener angeklagt werden. Für alle vergehen. Oh Mann! Barbie Sunday hat eine neue Mode-Linie. Wie viel kostet das? Ruf Ross zurück, bevor er den Job jemand anderem gibt. Er sagte doch, es ist einfach, oder? Habt ihr schon von dem Kerl gehört? Wenn er nach Hause kommt, werdet ihr auf ihn warten. Kriegt ihr das hin? Logisch kriegen wir das hin. Da ist doch was faul. Was geht denn hier vor, Daze? Ich wünschte, es wäre mehr wie ein normaler Job. Ist doch voll komisch. Das hier könnte auch so eine Art Test sein. Ich will es nicht durchziehen, solange ich nicht weiß, wieso er will, dass wir es tun. Ich erwarte noch jemanden. Wir sollten besser nicht mal hier sein, wenn sie kommen. Bring den Job zu Ende oder trag die Konsequenzen. Ich wünsche mir oft, ich wäre mehr wie sie. Denkst du nicht, dass eure Freundschaft dich eventuell davor bewahrt hat, durchzudrehen, während du dein Leben lebst? Die Rosen sind verblüht und die Feilchen schon weg. Sind sie sicher, dass alles okay ist da drin? Fünf, vier, drei, zwei, eins.